So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Ich bin gerade beim Wrestling schauen, da habe ich gesehen, es ist schon wieder ein neues Event angekündigt. Das ist eigentlich keine Überraschung. Es wurde ja schon bekannt gegeben, dass Ende des Monats noch ein Überraschungsevent kommt. Man wusste nicht was, jetzt wissen wir es, das Hisui-Entdeckungsevent. Und klingt erstmal interessant, wer Arceus gezockt hat, da ist ja alles neu, neue Welten, neue Pokémon, neue Formen, alles hin und her, da erwartet man jetzt erstmal viel. Ich muss aber sagen, ich bin enttäuscht, aber gleichzeitig auch glücklich, freue mich total, da mein Main-Account ja momentan nicht bespielbar ist, verpasse ich eigentlich nichts. Und das ist das Beste an allem. Beim Event Hisui-Entdeckungen drehen wir die Zeit zurück. Es gibt neue Pokémon zu entdecken, wir können es uns zwar nicht erklären, doch es sieht so aus, als würden weitere Pokémon aus der Hisui-Region bald in Pokémon GO erscheinen. Doch das könnte noch längst nicht alle Überraschungen gewesen sein, vielleicht könnt ihr noch ein paar Boni freischalten, wenn ihr bei Pokémon GO Fest in Seattle als Community zusammenarbeitet. Das war ja mit dem GO Fest in Berlin auch schon so. Wir mussten ja 15 Millionen Rüpel besiegen, während des GO Festes in Berlin. Und dann wurde die Abenteuerwoche, die danach freigeschalten war, als verbesserte Version freigeschalten, wo es dann eben auch ECOGNITO-RATES gab. Und noch mehr Boni, noch mehr Pokémon, noch mehr coole Sachen, Grillmark weltweit. Hier habt ihr das Gleiche, ihr habt erstmal ein Event, das sieht erstmal nicht so spektakulär aus, aber es ist ja das GO Fest in Seattle. Und da gibt es dann auch weltweit wieder was, wo man eine bestimmte Aufgabe erreichen muss als Community zusammen, wodurch man eine verbesserte Version auch dieses Events freischalten kann. Das Event, so wie es jetzt ist, finde ich zum Beispiel sehr unspektakulär. Wir haben zwar, also erstmal von wann ist das Ganze? Vom Mittwoch, 27. Juli. Heute ist Mittwoch, nächste Woche Mittwoch fängt das an. Genau in sieben Tagen. 10 Uhr. Bis Dienstag, 2. August, 20 Uhr. Pokémon-Debüts. Hisui Fukano. Hisui Baldorfisch. Und Hisui Sneebel. Joa, drei neue Debüts, die sehen auf jeden Fall alle sehr speziell aus, das sieht gut aus, aber woher kriegt ihr die jetzt? Und da ist bei mir der große Haken mit drin. Denn so wie ich das sehe, könnt ihr nur Baldorfisch in der Wildnis fangen, die anderen zwei müsst ihr brüten. Aus sieben Kilometer Eiern. Und das ist wieder so ein Glücksspiel. Und das mag ich nicht. Und dadurch, dass sie auch nicht in Shiny verfügbar sind, würde ich dringend davon abraten, dass man jetzt das ganze Geld in Brutmaschinen steckt, brütet bis zum Umfallen, um dann einen Pokédex-Eintrag, beziehungsweise halt diese Form dann einmal zu haben. Irgendwann werden die ja auch in Shiny kommen. Bei anderen diversen Events, wo die vielleicht dann auch in der Wildnis auftauchen oder in Raids auftauchen. In der Wildnis wäre natürlich am besten, da muss man auch nicht raiden, spart also Geld. Ich würde es an eurer Stelle jetzt also ruhig angehen. Der Monat jetzt ist an sich ruhig gewesen. Die Vögel waren da. Viele Leute haben da einfach nur ein bisschen was gemacht. Nicht exzessiv. Bei Dialga jetzt ab Freitag wird das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Da haben wieder mehr Leute Interesse. Ich sehe das. Ich denke, gut, verpasse ich eh. Vielleicht kann mir jemand mal eins tauschen. Wenn jemand eins gebrütet hat oder Baldorfisch mal eingefangen, fertig. Es gibt natürlich da Weiterentwicklungen, oder? Hisui Baldorfisch hat eine Weiterentwicklung. Hisui Fucano, ja, sicherlich. Genau, alles. Hisui Sneebel auch? Oder nicht? Ich habe schon so lange keinen Arceus mehr gespielt. Das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Leider ist immer nur das oben angekreidet. Welche wilden Pokémon erscheinen denn aber eigentlich während des Events? Wir haben Zubat, Bonita, Onyx, Hisui Voltobal. Den gab es ja schon mal. Jetzt kommt er wieder, aber nicht Shiny. Der Rest kann bisher Shiny sein. Tangela, Evoli, Porygon, Griffe, Hisui Baldorfisch. Nicht Shiny. Aber wieder Shiny. Waumpilse, Purze. Barmelin, Driftlon, Bronzel, Glibungel. Sinn. Pokémon, ja, die kennt ihr natürlich. Wenn ihr Arceus gezockt habt, saß das alles an jeder Ecke. Mit etwas Glück begegnet ihr aber auch Elektek, Magma, Octillery, Kaumalad. Kaumalad, wohl für viele immer noch ein Schmankerl. Das Highlight, Elektek, würde ich auch nicht verachten. Ist auf jeden Fall ein richtig krasses Pokémon. Richtig starkes Pokémon, super Elektroangreifer. Ansonsten, wenn ihr jetzt nicht auf GBL achtet, sondern allgemein guckt, sag ich, was ist das eigentlich? Elektek, Kaumalad, okay. Und halt mal das neue Hisui Baldorfisch mitgenommen. Korrigiert mich, wenn ihr da verborgene Schätze seht. Das ist wild. Was ist in den Raidkämpfen? Raidkämpfe Stufe 1. Sneebel, Roselia, Scheinux. Scheinux hatte seinen Z-Day. Bitte, wer jetzt noch Raids davon macht, macht es nicht. Dann sucht euch lieber jemanden, der 30 Shinys hat und euch eins rüber tauscht. Roselia, schon so ewig dabei. Gibt es so oft wild, würde ich nicht raiden. Sneebel würde ich auch nicht raiden. Hat eine erhöhte Shiny-Rade natürlich, okay, kann man lassen. Dreier Raids. Charnera. Kommt so oft bei Osterevents hin und her. Toggetik. Wer es noch nicht Shiny hat, obwohl das jetzt auch erst wieder rausgehauen wurde. Kirlia könnte man, bin ich aber auch nicht so überzeugt davon. Welsa. Nee. Ich sehe als Highlight jetzt in den Stufe 3er Raids das Toggetik. Wer noch ein gutes Toggetik braucht, ein Toggetikiss machen möchte, das vielleicht auch in der Meisterliga nutzen. Noch XL-Bonbons. Der soll das halt machen. Aber ihr werdet wahrscheinlich eh die Yaga raiden die ganze Zeit, anstatt Toggetik. Toggetik. Ansonsten macht jemand von euch Raids hiervon. Außer Toggetik oder die Yaga. Was? Was raidet ihr? Kirlia? Ich kann mir vorstellen, manche sagen trotzdem Kirlia. Und jetzt? Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7 Kilometer Eiern. Hisui Fukano. Hisui Voltobal. Hisui Baldorfisch. Hisui Sneebel. Ich habe die nicht bei den Raids drin. Ich habe die nicht bei der Wildnis drin. Vielleicht haben wir ja noch eine Chance bei den Feldforschungsaufgaben. Ansonsten packen sie die halt in Eier mit der Brutmaschine und 7 Kilometer Eier. Finde ich ganz schrecklich. Du kannst am Tag nur 30 Geschenke öffnen. In den 30 Geschenken sind vielleicht dann 12 Eier auch nur drin. Du bist immer eingegrenzt, als wenn das bei einem Osterevent 2 Kilometer an jedem Stopp so. Kannst du so viel machen, wie du möchtest. Finde ich viel besser. Ich finde das eigentlich schlimm, dass das alles so extrem reduziert wird. Ja, sodass du gezwungen bist, dann... Ja gut, du kannst gar nicht so viel reincashen in deine Brutmaschine und die verbrauchen. Du kriegst ja gar keine Eier. Aber ihr braucht ja auch gar keine Eier, weil das ist nicht so wichtig. Glaube ich. Der Sammler will immer alles direkt haben, aber... Ich denke mal, das ist nicht so wichtig, da rennt euch nichts weg. Pokémon bei Feldforschungen. Pipi, Paras, Enton, Magnetilo, Feurigel, Sneebel, Remorite, Mantax, Scheinux, Burmi. Hizui, dreimal mit Pflanze, Sand und Lumpen. Otaro, Lilminip und Bautz. Komische Aufteilung. Feurigel? Aha, Otaro? Aha, Bautz. Ja, ne, ist auch nicht komisch. Sind ja die Starter gewesen. Die zwei gibt es natürlich Feurigel, Otaro als Shiny. Und Bautz nicht. Aber die Hizui-Formen, von denen wird es auch nicht geben. Vielleicht bei der erweiterten Version des Events? Wer weiß das schon? Was habt ihr sonst noch hier drin? Ihr habt Magnetilo und Magnetzone. Ist auf jeden Fall ein richtig starker Elektroangreifer auch. Ihr seht, ich hab's mit beim Elektrogedöns. Feurigel, Tornupto... Ja, ne, bin ich jetzt nicht so Fan von, bin ich jetzt nicht so überzeugt. Wenn ihr seht, ihr braucht doch keine Snevel-Rates machen eigentlich. Ihr könnt es auch aus Feldforschungen. Es wird auch wieder eine Sammler-Herausforderung geben. Es gibt den Hizui-Cup, wo Pokémon bis zu 1500 WP teilnehmen dürfen. Und nur Pokémon aus der Hizui-Region und Pokémon mit einer Pokédex-Nummer 387-493 dürfen teilnehmen. Es gibt wieder neue Avatar-Artikel und Sticker. Sticker sind immer das Besondere. Hizui-Cup werde ich nicht spielen. Hab ja meinen Account nicht. Sammler-Herausforderung verpasse ich, leider. Mann, ich verpasse die Sammler-Herausforderung. Dann gleicht sich das wieder aus mit einer, die ich eh zu viel hatte. Feldforschungen sind für mich jetzt auch nicht so interessant. Die Eier... Naja, wenn's mal passiert und mal ein Platz frei ist und mal eins gebrütet wird, aber... Raids... Nee... Wild... Ja... Kaumalad-Bonbons vielleicht ein bisschen sammeln, die die Bock haben. Auf 100er-Jagd gehen bei Hizui-Baldorfisch. Der ist neu. Den gibt's in der Wildnis. Das vielleicht. Ansonsten, wie findet ihr das Event in dieser Form? Was denkt ihr, wenn es noch eine verbesserte Version gibt von diesem Event? Was könnte anders sein? Was könnten sie als Verbesserung noch einführen? Welche Boni, welche Pokémon, welche Shinies? Es gibt kein neues Shiny. Aber drei neue Pokémon. Zwei nur aus Eiern. Ich... Ich... Ich find's okay. Ist okay. Man muss es nicht immer übertreiben. Es ist trotzdem vielleicht mal wieder andere Spawns. Ganz chillig. Schreibt's mir rein. Was ist eure Meinung? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow, Restling jetzt. Ich hab schon... Die war grad Werbung. Hab ich aufgenommen. Hab ich 10 Minuten geredet. Werbung vorbei. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.